King Dominic Records Himmelreich, wer entscheidet zwischen Himmelreich und Hölle oder ist das gleich? Gibt's vielleicht ne Grauzone, in der man dann bleibt, wenn man nicht gut oder böse war, nur gelangweilt? Was gibt es da oben, das einen antreibt? Ich werde Jesus Fragen stellen, bis er mich anschreit. Ich erzähl von meinen Sünden, bis die Engel weinen. Sind die Tränen der Engel weinen? Was passiert, wenn man sagt, es tut mir leid, ich will nicht länger bleiben? Kann der Himmel ein Gefängnis sein? King Dominic Records Ich habe viele Fragen, aber irgendwie hat keiner Plan. Es ist ein Geheimnis, das keiner weiter sagt. Ich lad die Knarre und dann find ich's raus. Hab ich's drauf, hab ich's drauf, hab ich's drauf? Nein. Meine Zeit ist noch nicht abgelaufen.